Es hat alles 1967 angefangen. Der ultimative Big Bang, der Gaming-Geschichte. Die Brown Box. Die erste Konsole überhaupt. Junge, und wie viele Konsolen nach der Brown Box kamen, ist nicht mehr normal. Okay, wo fange ich am besten an? Die Brown Box. Das ist die Konsole gewesen. Mit dem Ding hat diese ganze Evolution erst angefangen. Durch die Brown Box kam auch das allererste Spiel überhaupt, Ping-Pong. Und ich meine, in der jetzigen Zeit ist das Spiel sinnlos sein Vater, aber für die damaligen Verhältnisse war das ein Weltwundermann. Nach der allerersten Konsole überhaupt kam 1972 die zweite Konsole auf den Markt. Die Magnavox Odyssey. Das war sozusagen die allererste wirklich kommerzielle Konsole, die auf den Markt kam. Die Konsole hatte Spiele wie Hockey, Football, Penske, Cat and Mouse. Auch das erste Spiel der Welt, Ping-Pong oder Tennis. Dieses Spiel war eigentlich genau gleich wie Ping-Pong, nur dass die zwei Kasten als Menschen ersetzt wurden. Auf jeden Fall kam die Odyssey insgesamt mit zwölf Spielen auf den Markt. Mit der Konsole hast du dann auch verschiedene Folien dazu erhalten, die als Map-Layout für verschiedene Games nutzen sollten. Diese Folien musste man sich dann auf seinen Fernseher kleben, um bestimmte Spiele erst überhaupt spielen zu können. Damals hat der ganze Spaß so 100 Dollar gekostet. Heute wären das wegen der Inflation um die 618 Dollar. Im selben Jahr kam dann auch noch die allererste Handkonsole, die Wacos Tic-Tac-Toe. Auf der Konsole konntest du nur dieses eine Spiel spielen, Tic-Tac-Toe halt. Das Ganze hat alles analog über einen Lichtschalter funktioniert und, oh mein Gott, zum Glück wurde ich nicht in dieser Zeit geboren. 1975 kam dann die TV Electro Tennis. Das war eine günstige Konsole aus Japan, auf der du nur Ping-Pong spielen konntest. Im selben Jahr kamen auch noch Konsolen wie die Magnavox 100 und 200. Sears-Home-Pong. Alter, f*** dich, Mann. F*** dich. Auf jeden Fall kam 1976 die Coleco Telstar. Die Telstar hatte die Fähigkeit, die ersten Spiele in Farbe zu spielen. Ach, ist das nicht toll. Danach kamen gefühlt tausende von diesen Sch***-Magnabox-Konsolen. Natürlich auch nicht zu vergessen, The Wonder Wizard Model 7702, eine Konsole aus Holz, auf der man ebenso Hockey, Tennis und Handball spielen konnte. Im Endeffekt waren zu der Zeit die Konsolen wirklich fast alle gleich. Viele Unternehmen haben vor allem in der Anfangszeit versucht, den Konsolenmarkt zu erobern, weswegen immer dieselben Spiele kamen. Der wirklich einzige Unterschied zwischen den Konsolen war das Aussehen. Fairchild Channel F. Das war wirklich die einzige Konsole, die sich in der Zeit etwas abgehoben hat. Durch die Fairchild entstanden dann auch die ersten Spielkarten für die Konsole, die sich dann in den nächsten Jahren im gesamten Gaming-Markt etabliert haben. Das waren sozusagen die CDs von damals, wenn man heute überhaupt noch CDs damit vergleichen kann. Mattel Electronics hat sich eher auf die Handkonsolen fokussiert. Sie haben zwei Handkonsolen entwickelt, die jeweils nur ein Spiel besaßen. Mattel Autorace und Football. Das waren, by the way, auch die allerersten digitalen Handkonsolen. Danach kam die RCA Studio 2, Odyssey 2000, wo es wieder nur Ping-Pong gab. Die Coleco Telstar Alpha, wo es ebenso nur F*** Ping-Pong gab. Die Telstar Ranger. Diese Konsole ist sogar ziemlich cool gewesen für die Zeit. Dort hattest du schon die Möglichkeit, mit einer Pistole deinen Fernseher abzuschießen. Die Coleco Telstar Colormatic oder mit anderen Worten, wieder mal F*** Ping-Pong in Farbe. Coleco Telstar Combat. Ähm. Irgendein Trash, um Hauptsache schnell Geld zu machen. Die Odyssey 4000. Genau im gleichen Jahr released worden, wie die Odyssey 2000. Aber was war denn der Unterschied zwischen diesen zwei Konsolen? Bro, ist das dein F***ing Ernst? Und dann, Gott sei Dank, kam noch im selben Jahr, 1977, eine kleine damalige Spielkarten- und Spielzeugfirma in die Gaming-Welt. Nintendo. Mit der ersten Konsole von Nintendo, die TV Game 6, gab es endlich ein Unternehmen, welches zeigen konnte, was echte Spiele sind. Junge, willst du mich jetzt eigentlich komplett ver- Dann kamen die Telstar Gemini, Telstar Marksman, Telstar Arcade, die wirklich fast alle gleich waren von den Spielen her. Der einzige Unterschied war, dass in der einen Konsole ein F***ing Maschinengewehr eingebaut wurde und in der anderen eine Pistole. Mehr Unterschied gab es da aber wirklich nicht, also die Spiele waren wirklich 1 zu 1 identisch. Ich glaube, damals hatte man das so mit gleichen Konsolen und Spielen. Die Gaming-Firmen von damals waren uns einfach, glaube ich, viel zu weit überlegen. Die wussten auf jeden Fall, wie man Marketing macht. Nicht viel später folgten schon die nächsten Konsolen. Odyssey 2. Diese Konsole war sogar gar nicht mal so schlecht. Also, sie hatte zwei Controller und eine Tastatur. Somit konnte man auch aussuchen, mit was man spielen möchte. Die Odyssey lief auch nur über Spielkarten, also hatte man da endlich eine gute Auswahl an Spielen und nicht nur Danach kam die Belly Astrocade, noch ne Odyssey. Dieses Mal, wieso auch immer von Philips, mit legendären Spielen wie Bro, ich mein das wirklich ernst. Das ist wirklich nicht mehr witzig, man. Mattel's Intellivision. Von der habe ich sogar tatsächlich schon mal was gehört gehabt, dass man die kaum steuern kann. Microvision Blockbuster. Das war die erste vernünftige Handkonsole, die auch mit Spielkarten kompatibel war. Ähm, die ist nicht schlecht, die ist echt nicht schlecht. Die Nintendo Game & Watch war nicht wirklich so ein Schlager. Microvision Cosmic Hunter. Ebenso eine Handkonsole, die endlich mal ein vernünftiges Gamepad hatte. Microvision hat zu der Zeit auf jeden Fall vernünftige Arbeit geleistet. Epoch Cassette Vision. Kenn ich nicht. Vectrex oder so. Kenn ich auch nicht. Bandai LCD Solar Power. Das war die erste Konsole, die über Solarenergie funktionierte und naja, ich weiß nicht, dieses Ding hatte schon irgendwie was. Aber für die Zeit waren die Games, ich sag mal, nicht so gut. Für die Konsole gab es auch so gut wie keine Spielauswahl und naja, coole Idee auf jeden Fall, aber schwer umsetzbar. Colecovision. Die ist absolut gefloppt. Das war dann auch die letzte Konsole von dieser Firma. Ich mein, es wundert mich echt wieso. Die haben doch feinstes Marketing gemacht, oder? Immersion Arcadia. Kurz aufgetaucht und gleich wieder verschwunden. Casio PV1000. Die Playstation vor der Playstation. Und ja, das ist die Casio Marke gewesen. Keine Ahnung, was die im Konsolenmarkt gesucht haben. Die Spiele waren auf jeden Fall top. Matel Intellivision 2 SG1000. Die allererste Sega-Konsole. Viele kennen die erste Sega-Konsole nicht mal wirklich, weil sie nur in Japan verkauft wurde. Die Spiele waren aber zu der Zeit sowieso nicht wirklich spaßig. Und wegen der hohen Zahl der Gaming-Konsolen, die released wurden, fällt immer mehr das Verlangen nach einer Konsole, weswegen dann im selben Jahr auch der Videogame-Crash kam, wo absolut niemand mehr Bock auf eine Konsole hatte, weil wirklich ständig immer dasselbe kam. Ach, feinstes Marketing. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts die neue Nintendo-Konsole. Diese Konsole hat nochmal das ganze Blatt gewendet. Games wie Zelda, Mega Man 2, Castlevania kamen auf den Markt und die Zeit der 8-Bit-Spiele begann. Ein Jahr später kam dann die Epoch Super Cassette Vision. Nochmal ein Jahr später dann die Sega Master System, die zweite Sega-Konsole. Die Konsole war vor allem für die viele blauen Farben in ihren Games bekannt. Plus, da waren auch dann die ersten Spiele, wo Easter Eggs eingebaut waren. 1987 wurde dann schon die erste 16-Bit-Konsole, die Turbo-Graphics, released. Gleich danach kam dann auch schon die Sega Genesis mit dem legendären Sonic-Videospiel. 1989 dann der Game Boy und die Links. Die Links war by the way die allererste Hand-Konsole, auf der man Spiele mit Farbe zocken konnte. Danach kam die Neo Super Graphics, Bitcorp Game Aid, Nintendo Famicom. Die best- und meistverkaufteste 16-Bit-Konsole überhaupt. Ein Klassiker. Außerdem hatte Nintendo schon zu der Zeit fast den ganzen Gaming-Markt für sich gehabt. Alleine nur wegen den zig guten Spielen, die released wurden. 1990 kam dann noch die Sega Game Gear und die Master System 2. SNK Neo Geo AES. Diese Konsole war der Hit. Die Spiele waren für die damaligen Verhältnisse mehr als nur gut, aber leider auch sehr teuer. Nur die Konsole hat alleine 800 Dollar gekostet und jeweils nur ein Spiel 200 Dollar. Die Philips CDI. Die erste Gaming-Konsole mit CD-Disk. Die Spiele auf der Konsole waren außerdem f***ing Gewirr. Ich find's ganz schön langweilig in letzter Zeit. Mein Junge, dieser Friede ist etwas, das sich alle Kämpfer wünschen. Sicher, ich frage mich nur, was Ganon vorhat. Sega CD. Die zweite Gaming-Konsole mit CD-Disk. Nekturbo Duo. Panasonic 3DO mit einem interaktiven Multiplayer-System. Und dann. Die Konsole der Konsolen. Die Playstation. Mit dieser Konsole hat auch alles bei mir angefangen. Man kann wirklich wortwörtlich sagen, die Playstation ist nicht nur die Nostalgie. Sie ist Liebe. Junge, ich hab fast meine halbe Kindheit an der Playstation verschwendet. Und keine einzige Sekunde tut mir weh. Schon alleine die Oldschool-Spiele wie Spyro the Dragon oder Toy Story. Ah, ah, ah. Die PS1 konnte sich über 100 Millionen Mal verkaufen. Das ist schon genug gesagt. Nach der Playstation kamen die Sega Genesis 2, Sega Saturn, SNK, Neo Geo, CD, was auch immer das ist. Junge, weg mit den Müll. Die Playstation kam. Die NEC, PC, FX und Bandai Playdia. Was auch immer das ist. Sega Genesis Nomad. Sega wollte mit dieser Konsole eigentlich die erste Touchscreen-Funktion einbauen. Die Entwicklung dafür war aber damals noch zu teuer, weswegen sie das Ganze dann schmissen. Apple, Badai, Pi, 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 Pisse. Die erste Konsole mit einer eingebauten Internet-Connection. Die Nintendo Virtual Boy. Bro, echt, echt keine Ahnung, was das soll. Das, das sollte eigentlich die erste Konsole mit VR-Gaming sein. Ähm, die Technologie war aber damals noch so eine Sache für sich, würde ich mal sagen. 1996 kam dann der Game Boy Pocket und noch im selben Jahr die Nintendo 64. Danach folgte der Game Boy Color, die Dreamcast, Neo Geo Pocket Color, Wonderswing Color und dann endlich. Ja, genau das, genau das will ich. Die zweite Playstation ist die meistverkaufteste Konsole ever. Über 155 Millionen Mal wurde die PS2 verkauft. Wundert mich null, nur wenn ich überlege, welche Spiele für die PS2 released wurden. 2001 kam dann die Nintendo GameCube, Game Boy Advanced, die mit der GameCube kompatibel war. Nintendo Pokémon Mini. Sorry, auch wenn ich Pokémon mag, aber für die Zeit ein absoluter Flop. Junge, wieso hat Nintendo 2001 eine Konsole verkauft, wo man nur LCD-Spiele spielen konnte? Und dann musste das noch Pokémon sein. Die erste Xbox kam dann auch 2001 auf den Markt. Das einzigartige an der Xbox war, weswegen sie sich schließlich auch gut von den anderen Firmen abheben konnte, Xbox Live. Das war tatsächlich einer der ersten Online-Multiplayer-Funktionen, die durch die Xbox Live zustande kam. 2002 hat dann sogar Nokia eine Konsole gebaut, die Nokia N-Gage. Das sollte in der Art eine Konsole gemischt mit einem Handy sein. Ähm, ist leider mies gefloppt. Danach kam noch die Tapwave Zodiac, Game Boy Advance SP, Xavi X-Port. Die X-Port war sozusagen die Wii vor der Wii. Das war die erste Konsole, die interaktive Controller für Sportspiele hatte. Nintendo DS, eine absolute Legende auch. Das war die Konsole, die zu meiner Kindheit auf jeden Fall ein Muss war. Die DS konnte sich weltweit ebenso auch sehr gut verkaufen, 154 Millionen Mal. 2004 wurde dann die Sony PSP released. 2005 kam dann die zweite Xbox mit dem Spiel Halo, was der Xbox auch sehr gut getan hat. Nicht lange später kam dann auch schon die nächste Playstation von Sony. Das war auch die Phase, wo Spiele immer besser und besser wurden. In derselben Zeit hat Nintendo dann auch die DS Lite und die Wii released. By the way, diese vier Konsolen haben Gaming in kurzer Zeit auf ein komplett neues Level geschossen. Und das nicht mit tausenden Konsolen wie damals, sondern nur mit vier guten Konsolen. Das ist Marketing. Später kam dann die PSP Go, PS Vita, Wii U. Tatsächlich die erste Nintendo Konsole, die erst dann HD supportet hat. Die nächste Playstation hat dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Das war by the way die zweitmeist verkaufteste Konsole nach der Playstation 2. Die Xbox One kam dann auch zur gleichen Zeit. Auch eine Konsole, mit der man nichts falsch machen kann. 2016 kamen dann viele Slim und erweiterte Versionen von der Xbox und der Playstation. 2017 wurde dann die Xbox One X released, die ebenso dann 4K Gameplay supportet hat. Die Nintendo Switch, auch eine unglaubliche Konsole. 2018 kam dann die PS Classic. Das war ein Remake von der Playstation 1. Und sie war auch um die Hälfte kleiner als die eigentliche Playstation. 2019, die Stadia-Konsole von Google. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist eine Konsole, die über einen Cloud-Streaming-Service funktioniert und man sozusagen über diesen Cloud-Google-Service Spiele streamen kann. Einfacher gesagt, das neue Netflix für Videospiele. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Cloud-Gaming die neue Zukunft für Videospiele sein wird. Was ich auch etwas schade finde, weil dadurch ein starker Monopol entsteht und Games dadurch auch gut an Qualität verlieren könnten. Im selben Jahr wurde dann noch die Lite-Version der Nintendo Switch released. Und 2020 war es dann soweit. Wir sind angekommen. Die neuesten und aktuellsten Konsolen auf dem Markt. Die Xbox Series X und die Playstation 5. Beide Konsolen können Easy-Spiele in 4K-Gameplay und 120 FPS bieten. Die SSD der Konsolen sind schneller als ne F-F-Formula 1. Du hast so gut wie wirklich keine Ladezeiten in Spielen mehr. Ray Tracing darf auch nicht fehlen. Und allgemein sind diese zwei Konsolen ein Wunder der Technologie. Alleine wenn man nur nachdenkt, wo wir 1980 gesteckt haben. Guckt euch das an. Im Vergleich zu heute kann man diese Dinger als Tannbaumständer benutzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.